Sonst bricht er dir so ein bisschen den Rücken weg, kommt zu hoch. Denk daran, dass wenn du ein bisschen fließen willst, den Galopp, dass du das mit tiefer Hand unten durchsuchst, so wie da, dann hast du ihn schön vor. Dann kannst du ihn so ein bisschen wegziehen. Das ist okay, aber dann bleibt er ein bisschen runder. Das ist okay. Ein bisschen abfangen, 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 abfangen.